Willst du mit Wissen noch was erzählen oder was weiß ich? Reicht's und... Ach Junge, ok, ok, es geht los, es geht los, es geht los, es geht los, es geht los. Warum ich mich? Alter! Alter! Junge! Die Leute wollen unterhalten werden, Junge, seitdem die Klatze geschont ist, sitzt du nur dumm rum, Alter! Jetzt reicht's mir aber auch hier! Das Volk und die Techniker hast du dann mit dem Hund aus! Junge! Okay, warte, der Vlog, Junge, macht einen Vlog! Max, Stark! Wie soll ich dich nennen? Weiße, Alter! Wo jetzt? Junge! Macht Leute noch ein Bild für Instagram? Schaum nach, rasiert? Du miese Sau! Mach nochmal ein Bild für Instagram bitte! Mich wieder im Hintergrund! Warte! Wer kennt einfach kein Gesicht? Warte doch jetzt! Das packt ja alles runter, schmeckt grad wirklich! Okay, jetzt kannst du einen Vlog machen! Junge, Junge! Okay! So! Ich bin immer noch schön! Also, Marge Simpson, aka der Magere Scharkeeper, hat jetzt ein bisschen zu viel Schaub auf dem Löffel! Oh, Junge! Das ist nur wild, Vlog, ich mag den, Mann! Oh, Junge! Das ist nur wild, Vlog! Ich mag den, Mann! Oh, Junge! Oh, Junge! Oh, Junge! Das riecht die bis nach, was ich auch schaue! Ja, ich will auch die Frauen hier oben aufmachen, sonst brennt das Pfiff! Junge, das ist doch geil! Das ist doch geil! Das ist doch geil! Ja, okay! Es geht doch schon los! Ja, erstmal das überlaufen wegmachen, bitte! Ja, Moment! Oh, Junge! Junge, Alter! Oh, Junge! Oh, Junge! Oh, Junge! Vielen Dank! Eil, vielen Dank! Ein Bienenmolgerei für die 3 Euro! Willst du bitte einen... Oh nee, raiden, oh Gott, du kriegst den... Ich muss einen Sporlogic, einen Euro, kurse gehen raus... Alter, ist das krank. Können wir erstmal kurz den Ungi raiden? Ungi nicht raiden, der möchte nicht geradet werden. Das würde dich nicht gut auswirken auf dich. LOL, okay. Hey, was zum Teufel? Na gut. Statement? Hm? Statement! Das sagt Scheiße. Das war ein süßes Scheiße. Oh Gott, das war ein Eroge. Also ich hab den Mann jetzt nicht eingesprüht, um ihn zu rasieren, sondern einfach nur mit einzusprühen. Ja, das ist ein Fingralof für ein Eroge. Warte mal, warte mal, warte mal, Backheber, die Insta-Story. Wenn Leid ist das Freud des Volkes, das ist ja alles nicht so schlimm. Wie sieht aus einfach, als das Gesicht aus dem Gesicht fällt? Na Junge, ich bin immer noch eingepackt. Bis morgen, 18 Uhr. Ich sehe nirgends im Gesicht. Junge. Das ist so geil. War Kieber? Die ganze Bulle ist leer, oder? Die ganze... Guck mal, das ganze Gesicht rein rein. Den ganzen Kopf. Genau, das kommt grad wie fast so. Ihr Idioten, es bleibt doch kein Schaum für den Schwein. Doch, da bringen wir es mit. Bringt der wirklich Schwein mit? Der überlegt sich's noch, und wenn, dann bringt der wirklich's mit. Wie, der überlegt sich's noch? Der hoft an, sagt, ja, ich war mir ohne Glatze. Und wenn der aber jetzt nicht kommt, dann kann er sich wirklich verraten. Also, der soll sich überlegen, wann er kommt, aber nicht ob er es macht. Weil, da hätte der das nicht ankündigt sollen. Warte, ich schreibe, ich sag ihm das kurz. Ja, nee, ich mag das nie, wenn man was ankündigt. Ja, du sollst nicht über den Autos... Ja, aber brauchst du nicht. Ja, da liegt der an. Da, unter deinem Handy. Ich komm dann hier ran. Ja, weiter runter. Leider nach rechts. Ja, das hände ich auch. Jo. Leider noch zur Tür hin. Nee, auf dem Boot runter. Bist du bescheuert? Ja, weiß aber. Warte mal, Buckyball. Na? Mach mal kurz ein bisschen. Warte mal, du hast noch eine Spende im Chat. Ja, Moment. Das ist so ganz traurig. Aber auch so ein runder Schild. Ich hab unübers Kopfschmerzen. Ja. Boah. Fangen wir mal um? Hm? Warte. Alter, Casey will werden hören. Echt Casey? Okay. Gut. Oh nee, was hab ich denn jetzt gemacht? Scheiße. Oh verdammt. Nee, alles gut. Ich hab ja bloß... Oh Junge, ich hab das alles verschoben auszusehen. Ja. Oh nee, Moment. Oh Junge, ich komm mir grad nicht klar. Ab morgen. Scheiße. Okay, schön. Oh nee. Jo, jetzt hier ist es wieder. Ah, genau. Junge. Max? Ja, nee, der andere. Das kann doch. Ich hab ja gesagt, dass er irgendwie wegmischen durch die Serien, wo der ganze Schaum ist. Warum kann ich das? Also die ganzen Augen sind erstmal komplett frei. Zupressen die Augen. Meister Konstruktus, danke für die zwei Öher. Junge, sechs meiner Juno Accounts sind jetzt blockiert. Hey, was zum Teufel? Wie hast du blockiert? Von Meister Konstruktus. So, das sieht gleich noch so klar aus. Ich kann trotzdem noch ein bisschen... Oh Junge. Heb noch, heb noch. Junge Alter. Heb noch zur Not bitte. Ein bisschen Schraub wieder. Das Schwein auf. Der Schaum ist doch da. Na ja, aber... Ist ja nicht verschwindet. Können wir das irgendwie in die Scheiße tun dann oder so? Wie gesagt, hast du mal die Augen mit aufgelassen. Ach Junge. Weiter. Ja. Vielen Dank. Jesse? Schatz? Scheiße, jetzt hab ich mich auch eingeschmiert. Kannst du mal bitte irgendwas, dass sie die Augen auswäscht? Ich muss erst mal Hände raschen. Ich hab mal was raus. Junge, das fühlt sich an, als hätte ich gerade Schwabbezitten. Alter, das brennt übelst an den Händen. Ja, was soll ich denn sagen gelogen? Ich hab noch nie Rasier-Schraub benutzt. Ich hab mich noch nie nass rasiert. Also deswegen, tut mir leid. Jetzt hab ich keiner raus. Ich seh'n. Kannst du mal bitte. Kannst du mal raus? Erstmal Koffer für das Gesicht? Nur die Augen. Na, ich glaube ich kann nicht warm. Die Fresse kann mir auch. Bitte. Aber ich glaube irgendwie nur Seip. Warte mal, ich frag mal ganz kurz. Ein Koffer hier? Ja. Der Don will mitkommen. Ne, ne. Nur Seip, ja. Was? Nur der Seip. Nur der Seip. Es geht um die Anzeige wieder. Ich hab keinen Bock immer wieder zu sagen. Ja, gut. Alles klar, hab ich. Ja, also. Oh mein. Ich hab Rasier-Schraub angehört. Ey, wie ist das denn? Der ist jetzt voller Schaum. Warum macht ihr das eigentlich nicht? Vielen Darrrr. Das ist voll gut und halt mir. Vielen Darman. Ulm 1 auf 2. Das ist ziemlich krank. Bei welchen Spenden ziehe über die? Ja. Vielen Darrrr. Urhilfe 4, 1 Euro. Moin Moin. Sehr unterhaltsam. Haha. Äh. Falls du der Echte bist. Vielen Darman. Urhilfe 4, 4, 4 Euro. Was? Ich hab's mir heute an. Junge. Ist das schön. Ja, das war gut. Klipper, guck mal. Junge. Alter. Mach mir mal ein Seppchen. Da rüber. Los ist los. Warte. Da sehe ich schon so eine Scheiße. Das ist jetzt total schlecht. Warte mal. Da reiß ich mich erstmal hier. Komm mal ein bisschen näher ran. Ja. Passt auch vorher mit dem Boden. Ja. Ja. Dieser faule Mastkorb. Der ist nicht faule. Der ist nicht faule. Der ist nicht faule. Der ist einfach noch völlig verschillt. So. Und ich denke mal, wenn wir das bei Alien zu machen, Junge. Der wäre einfach weiß. Gut, das will. Das ist so wunderschön. Ich mach mal hier Musik ein bisschen leiser. Leiser. Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Na komm, fast 700 Euro. Geht doch schon mal. Vielen Dank. Mehr kann sein Thema. Ein Euro. Warte mal. Guck doch mal bitte genau in die Kamera. Das ist geil. Alter, übelst krank. Das wärmt wie sonst was. Wenn dir kalt ist, dann reib dich mit dem Zeug an das Brett. Das wärmt wie sonst was. Ohne Mist. Sorry. Was denkst du denn so über den Stream bis jetzt? Das ist übelst geil. Das ist so geil. Das hätt ich echt nicht gedacht. Aber wie geht's dir körperlich und geistig? Gut. Also ich hatte vorhin bloße Kopfschmerzen. Das geht mittlerweile. Aber wie gesagt, wir spielen hören wir es. Es sind erst 2 Stunden und 20 Minuten vergangen von 24 Stunden. Und du hast nicht mal ein Zehntel weg. Oh man. Das ist echt nicht gut. Aber naja. Ich krieg doch schon den Hintern irgendwie. Nee, weil ich sehste weg. Ich krieg mal vor, was man hin muss. Dann komm mal rein. Ja, baut lieber. Ja, genau. Ja. Es ist ja nur eine Unterhälung. Das ist so hart wie sonst was. Guck mal vor wie gefühlt 30 Grad hier. Ja. Ja, das ist ja klar. Ja, das ist ja unerschön. Ja, das ist ja unerschön. Anna 3 Euro danke. Schönes Wochenende. Moin. So. Die kann ich spenden. Über den Spendenlink hier in der Beschreibung. Wo bleibt die magere Drecksau? Welche? Na hey, Anja. 2,9, 20. Vielen Dank. Ich soll im Verlauf des Streams in der Flasche Päffi ächsen. Nee, wenn ich das mache, dann muss ich dann halt schlafen und das wäre echt scheiße. Deswegen nur Sachen, die mich aufputschen. Das ist auch nebensächlich. Und zwar geht es um eine Information, die ich mit... euch traf. Auch nicht damals. 12 Stunden. Grüße gehen raus an alle, die im 12 Stunden Stream dabei waren. Und spontan. Das hier ist... Ihr glaubt nicht, wie glücklich mich das gemacht hat. Ich hab davon... Ihr glaubt nicht wirklich, wie ich mich das hier gemacht hat. Hat jetzt eigentlich... Haben die keine Antworten von McDonalds? Also haben die denn... Ne, das ist das Video hier. Naja, ja. Ich hab dort all meine naheliegenden Menschen geschickt. Scheiße, ich hab das hier nicht geschickt. Also ich hab einigen geschickt, weil ich so erfreut darüber war. Ähm... Da müssen wir jetzt mal gucken, wo diese ganze Situation hinläuft. Ich bin echt... Ich hab wirklich... Ich hab einfach Bock daraus. McDonalds ist einfach das, was... Junge... Er spricht mir einfach meine Worte aus dem Mund zugesehen. Also wie krass ist das? Und ich hab einfach Bock, was durchzuziehen. Wir können Deutschland zeigen, dass das auch funktioniert, ohne dass man jetzt hier so so High Society immer, immer, immer positiv, äh... nicht schmeckt. Dann werde ich's natürlich nicht als Unruf so beleidigen, aber ich werd auch nicht sagen, dass das absolut geil ist und mich das hier nicht empfehlen wird. Ja, ja, das geht jetzt grad irgendwo, du hörst du... Er schenkt alle Ränder in diesem... In diesem Arschsteuer im Auto. Ich hab gesagt... Ne, aber bist du so... Ja, ich hab jetzt immer noch keine Information. Ich bin's bei Minute 5 und 13 von 6. Ich hab jetzt alle ein und dachte, ich bin so ein Nein, Alter. So, jeder, wo damit angeschrieben... Vielen Dank... Okay, vielen Dank für die 5 Euro von Mutti Frudien. Maximalistisch machen. Der Barkeeper soll was essen. Was soll ich denn machen? Ich hatte nicht vor, irgendwas zu machen. Achso, na gut, ja. Vielen Dank... Ja, sonst wasst du das einfach ab. Nee, ja, okay, stimmt. Der Schwän braucht... Ja, ich hab ganz vergessen, dass wir noch was brauchen. Nee, das brenn lang zu Ihrer Arme. Ich muss den... Nee, erstmal, wenn ich denk, hier ist nichts, ist was. Okay, ich guck's mir dann nochmal in Ruhe an. Jetzt wird auf jeden Fall die Platze hier rasiert. Was? Und diesmal richtig. Hier hast du noch Klopapier. Nee, das ist gar nicht. Wenn's hier zu viel ist, finde ich jetzt nicht. Das ist egal. Ey, wir sollen die Nippel freimachen. Wollt dich mal nach vorne. Ja, jetzt bin ich echt gespannt, dass das besser geht. Also, ich würde nie Gegenstrich machen. Das ist unwichtig. Geht viel besser. Das geht viel viel besser. Alles besser wie vorher, ja? Ja, klar. Rasierschaum gibt's nicht ohne Grund. Das ist nur Widerstand. Was soll's. Muss das denn aus Handtuch sein? Ich hab jetzt noch eine Wasserschüssel gehabt. Max Aka Apresor. Da ist wirklich Seife drin. Das ist komplett drin hinterm Mikrofon. Ach, tut du. Ja, wenn man mit den geht. Ja, lol. Das Handtuch ist komplett voll geschmiert mit so einem Zeug. Ja, egal. Das Handtuch muss an ihm noch mehr leiden. Das ist so mit der Samur und noch. Man leidet hier quallen, das Handtuch ist auch nicht. Das ist so geschmiert. Nein, wir haben das Zeug. Nein, wir haben das Zeug. Halt doch die Schüssel, bitte. Halt doch die Schüssel, bitte. Ihr seid doch keine Tier-Ferler-Community. Das ist wirklich ein Witz. Bitte. Halt doch die Schüssel bitte. Halt doch die Schüssel, bitte. Bist hier hoch, um so schnell zu Hause. Wir sind die Querler-Community. Ja, wir quälen halt keine Tiere aus. Ja, wir quälen nur den Bargeber. Grüße gehen raus und Marc den Hund. Marlies nur noch 22. Also, wirklich. Karl wird das trotzdem gehen. Ja, musst du noch einmal machen. Grüße mal, Schleppst du noch, Benjamin. Ich grüße Mastin und Benja. Fick dich. Fick dich alle Bäde. Ja, aber kannst du nochmal mit dem Vlog machen dafür? Ja, das war. Ach so. Ja. Wird die Klatze endlich mal anständig rasiert hier? Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich bin eine Friseur und bin stolz auf mein Handwerk. Ja. Zum Glück bezahlst du dich nicht erst von daher. Ah. So. Bist das eigentlich stolz auf? Vielen Darrrr. Wir sind einfach unterbrochen, die Friseur. So. Wo ist's? Vielen Damen und Ossi-Stunde für die 5 Euro. Vielen Damen und Ossi-Stunde für die 5 Euro. Vielen Damen und Ossi-Stunde für die 5 Euro. Der Wacküber muss komplett rasiert werden. Ich bin dabei. Ich glaube, die Männchen an den Kopf, sondern an den ganzen Körper. Der Kopf ist der ganze Körper. Spider-Man-App hat's schon lange gedroppt, ne? Ja, seit 2 Monaten. Stillhalten, sonst kann's mehr durch. Spider-Man-App. Ich finde das nicht lustig, einen Display-Riss als Spider-Man-App zu bezeichnen. Das ist wirklich, das ist so, keine Ahnung. Spider-Man-App, ich meine, das... Vielen Darrrr. Würde der Display-Riss eine richtiges, also eine richtige Form von dem Spinnennetz haben, dann würde ich das lustig finden. Aber... Vielen Darrrr. Prime-Stix, 1 Euro. Die Platze des Barkeepers-Erreggings, ja. Aber nachher deswegen so gut hier. 1,70 vielen Damen. Eine Ehrenklätze. Maxim 1,70. 10 Euro, Junge. Wann geht's bis heute endlich? Ja, Pala-Sahne. Ich hab ein Pfund feinstes Braungold für euch. Pala-Sahne. Das ist... Achso, meinst du das? Na ja. Passt das nicht mehr zu den 50? Deswegen trage ich auch dann auch den Bitter. Ja. 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 Ja, Alter, das Bild geht gerade übers Drum, was ich gemacht hab von dir, wo du ordentlich bist in Europa hier. Ja. Ja. Das ist echt geil. Das ist wirklich geil. Vor allem der Blick im Hintergrund, Alter von Inkognito. Erzähl mal was Schönes während ich das mache. Das Volk ist wirklich gelangweilt. Achso, das ist nicht gelangweilt. Doch. Ähm. Na ja. Oh, yeah. Na hui. Vielen darrrrrr. 50, warte kurz. Ähm. Junge. Ist der Maus überhaupt noch drin? Vielen darm an Flipflip für die 2 Euro. Auf uns mal kurz drinnen, der Maus. Vielen darrrrrr. Vielen darm an Jada Verdes für den Euro und Mutti Fronis für die 2 Euro. Schöner, stimmt. Der Maus war auf uns mal kurz drinnen. Der Maus? War der wirklich kurz drinnen? Achso. Junge, ich hab gesagt, schau das an. Achso. Er hat besser zu tun, als ich so eine Scheißanzübe. Wobei der eigentlich auch Fan des Bargebers ist. Ja. Jeder ist Fan des Bargebers. Ja, des Glatzengebers. Ja. Der Bargeber an sich ist sehr verhasst. Ich bin gespannt, ob der mal Blut ist, Junge. Ne. Ist alles perfekt. Ist mal ernsthaft. Also. Ich bin ja nicht bescheuert. Das hast du's ja gelernt. Ich bin Glatzenrasierer und seit Jahren. Wenn man ein bisschen vorsichtig ist, dann ein bisschen... Wenn das die Neustadt sich stillhalten. So ist's. Mir ist das egal. Ey. Vielen Dank. Junge. Junge, Alter. Äh. Wie die Augen noch rausklima? Vergiss es. Verpiss dich. Zwei Euro. Grüße. Tapasachis Oliver. Vielen Dank. Junge. 555. Hulk. Vielen Nassdarm. Vielen Dank. Soll ich mit Messer rasieren? Mach mir erst mal einen Cut bitte. Äh. Ja ich schneide hier so eine Narbe rein. Die 86. 10 Euro. Ich auch von der Narbe. Harry Marga. Und kommt die Mindestparty nach Berlin. Grüße an die Platze des Barkiros. Übung. Hey. Ja. Hey was? Ja. Äh. Mindestparty nach Berlin. Das ist auf jeden Fall in Planung. Aber. Da haben wir selber noch keine Infos. Also es ist ja noch nichts ausgemacht. Aber es ist auf jeden Fall in Erwägung gezogen. Weil. Was haben wir da? Die Wahl zwischen. Zwischen. Zwei Clubs. Und ja. Äh. Kidakoda Ramadan. He. 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 Ich mag eigentlich eben mit Matlatze. Du wirst am Montag viele Freunde finden. Oh Junge. Sorry. Du wirst einfach noch wieder Freunde finden. Oder wenn du ins Krankenhaus gehst. Die Stadt selber. He. 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 Der nächste Spättenkohl ist dann so in die Neustadt gehen oder? He. 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 So, jetzt ist die Platte wirklich so karrasiert, wie ich es geschafft habe, also so eine richtig schöne Platte gesitzt, wenn mir die Haare nie bohntief rausgehen, aber naja, wie fühlst du dich? Auf jeden Fall warm, das sind gefühlt 30 Grad mit dem Schaum. Wirst du selbstbewusst die letzten Tage aus dem Haus treten? Mit dieser Mütze da? Ja. Was ist der Preis dafür, dass sie brennt? Na Junge, hier wird nicht mal verpasst, Alter, ich hab ein Haustier. Ich mein ja nur noch. Was ist denn bezahlt, ich bin zu wenig? Ja, 50. Das ist wunderschön, jetzt geht es uns auch schief eigentlich. Ich hab's alles kostenlos gemacht. Ich hab's alles kostenlos gemacht. Ich hab's alles dabei, aber woher hinterher wäre egal. Jetzt tanze ein bisschen um den Barkeeper holen. Danke für die 2 Euro und schief die Doppelfragezeichen. Ich hab's alles dabei. Ich hab's alles dabei. Ich hab's alles dabei. Jetzt tanzen wir wirklich auch gut. Ich tanze mit. Ich mach auch den Block. Ja, ja, ja. Allein, oder? Ich hab's immer mal, ich denk, ich komm auch gegen meine Seite. Jetzt hast du schon. Ach, schief. Was ist deine Füße, Alter? Hey, danke. By the way is doing. Wie denn schon hingewirbt Schoen, Alter? 835 JeanASHUNER, Alter. Ja, das ist ein guter Mann. Ich weiß nicht, das muss ich auch. Locker als Bisschen. Ja. Puh, klingelig. Vielen Damen. Ey, vielen Damen, am Nachtebogen für die 2 Euro, die Augenbrauen müssen weg. Hörner, 1 Euro. Ja, du Bastard! Ist doch was dran gewesen? Ja, du bist voll mit Schein. Ach so. Langer ein Flipflip für die 5 Euro. Das ist halt die Schöne. Ich freue mich schon, dass es dann spielt was. Es war schweckend. Ja, Junge. Also. Gehen wir her, dann können wir mal gucken, dass ich die Wienerflöte machen soll. Nein, ja, ja, ja. Das ist mein Flügelchen. Ja, was ist denn da? Ja, was ist denn da? Ja, was ist denn da? Ich bin da lange drüber. Ja, ja. Aua, boi. Kann ich... Lauda, ja. Jebber, kann ich schmeißen das hin? Neee. Ja. Achtung. Oh, diese Sau. Oh, nee. Sag mal deinen Kümel, wie du Volk. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Ja, das macht's mir Spaß, ein bisschen Murmel zu haben. Ja, das ist mir jetzt in Deutschland. Ja, das ist mir in Deutschland. Ja, das reicht's mir aber noch. Oh, Junge. Oh, Junge. Das ist sauer. Bissig. Oh, du wieser. Kannst du auch nicht sagen, dass du Haarbrot verlißt. Was für was? Oh, nee. Oh, Junge. Oh, Junge, die reißte in den Scheiß. Der sitzt hier, Alter. Boah. Alter. Schlaft doch auf die Platze. Ja, aber warte mal, ich spalte die Murmel. Ja. Was ist, äh, 1000 Euro, da spalte ich die Murmel. Junge, der darf man rausklappen, den Tor. Ich bin schon groß im Tier, komm doch und spiel mit mir. Ich lade euch, ich bin der Platzentieber. Ach du Bastard. Ach man. So. Jungen. Ich muss, glaube ich, erstmal irgendwie mit helfen, die hat es die ganze Zeit ja im ganzen Volumen verteilt. Mach einfach durch Hand und ab. Ich lade euch mal rausklappen. Ich lade euch mal rausklappen. Ich lade euch nicht. Jungen, ich lade euch mal rausklappen. Guck mal auf die Platte. Läuft auf die Seminem. Läuft auch nicht. Ach nee, das. Die Leute wollen die Augenbrauen absehen. Ja, ich auch. Das wird nichts passieren. Am Ende ein Preis, Schönder. Nein, da gibt es keinen Preis. So wie ich das mal das Brett aufmache. Nee. Du kannst auch die Augenbrauen lassen. Das ist ja mit purem Schokolade. Nein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt war auch ein Schiessimo.